Was wir als Trends zurzeit sehen, um eben diese Geschwindigkeit zu erreichen, sind aus unserer Sicht die wesentlichen vier Bausteine, die wir unter dem Begriff Software 4.0 zusammenfassen. Also Software 4.0, da könnte man einen eigenen Vortrag zu halten. Es geht letztendlich darum, wir kommen ursprünglich mal vom Wasserfall und sind heute eben, das wäre dann Software 1.0. Dazwischen gab es verschiedene Entwicklungen Richtung mehr iterativen Vorgehensweisen und jetzt befinden wir uns bei Software 4.0. Das ist im Wesentlichen geprägt durch agile Softwareentwicklung, also kleinere Teams, die eng mit Fachbereichen zusammenarbeiten und möglichst viele Entscheidungen selbst treffen können. Das ist DevOps. Bei DevOps geht es darum, dass diejenigen, die die Software entwickeln, sie dann auch betreiben. Und das hat vor allem sehr viel auch mit Automatisierung zu tun. Weil es ganz klar ist, wenn ein Team entwickeln soll und schnell Features erzeugen will, kann es nicht sein, dass Betrieb sehr aufwendig ist. Also DevOps geht immer auch einher mit einem großen Automatisierungsanteil. Der letzte Punkt sind vier Klang, sind Cloud-Sachen, also Virtualisierung vor allem. Wenn man früher, ich kann mich noch an Projekte erinnern, wo es wirklich so war, wenn man sagt, ja jetzt, wir müssen tausend neue Benutzer aufschalten, ja wir brauchen einen neuen Server, dann hat das erstmal Monate gedauert, bis so ein neuer Server bestellt war. Und das ist mit Cloud halt meistens ein Knopfdruck und ich habe ein paar neue virtuelle Maschinen und kann die sofort benutzen. Also das sind für uns die großen Treiber, die es überhaupt ermöglichen, dass ich Ideen nicht mehr in Monaten oder schlimmer noch Jahren umsetzen kann, sondern je nach Größe der Idee natürlich in wenigen Tagen. Aber es ist natürlich nicht das Einzige. Klar reden alle von Schnelligkeit, aber es muss natürlich klar sein, schnell kann irgendwie jeder. Es bringt nichts, wenn ich schnell bin und meine Software nicht funktioniert. Also ich will ja nicht nur schnell eine Software erzeugen oder Änderungen live bringen, sondern sie sollen auch funktionieren. Also sie sollen vor allem meinen Endanwendern gefangen. Also ist Qualität immer, auch wenn da wenig drüber geredet wird, ist immer ein ganz wesentlicher Aspekt. Und da ändert sich auch etwas, wenn wir über diese Software 4.0 reden. Man hat früher, wenn man noch so an Wasserfallmodelle oder auch alternative Modelle denkt, hat man eigentlich immer Qualitätssicherung geplant. Also man hat lange Testphasen vorher geplant. Je nachdem, wie lange entwickelt wurde, wenn zwei Monate entwickelt wurden, haben wir vielleicht einen einmonatigen Test geplant. Das klappt nicht, wenn ich ganz schnell sein will mit meinen Features. Also muss ich von diesen lang geplanten Test- und Qualitätssicherungsphasen weg zu einer kontinuierlichen Qualität. Also das, was wir bei uns als Continuous Quality bezeichnen. Und was sind so die Schlagworte für mich? Also wo ist es wirklich interessant? Das eine ist, Agilität bringt uns ja schon mit, dass Teams die Qualitätsverantwortung haben sollen. Also das heißt auch, ein Team liefert etwas ab, was sich auf jeden Fall in Produktion deployen kann. Da ist nach Möglichkeit kein extra Test-Team mehr dahinter, dass dann irgendwie, wenn es fertig entwickelt ist, nochmal Tests machst. Dann werden Bugs angelegt, die werden wieder gefixt. Das macht uns alles langsam. Also die Teams haben die Verantwortung, auch die richtige Qualität zu liefern. Wenn wir Microservices sagen, also wir haben ein großes System und haben das in viele kleine Teile zerlegt, dann soll Teamunabhängigkeit herrschen. Also es ist genauso blöd, wenn ein Team fertig ist mit seinen Sachen, aber erstmal auf ein anderes Team warten muss, bevor es seine erstellten Features live bringen kann. Also brauchen wir da Teamunabhängigkeit auch bei der Qualität. DevOps bringt solche Themen wie vollautomatisierte Tests und Build-Pipelines mit sich. Das ist klar, wenn ich selbst mein Software betreibe, möchte ich auch schnell sicherstellen können, dass alles funktioniert. Und das möchte ich nicht manuell machen. Also es war wirklich früher, wenn man eher ein System hat und nicht Microservices, dann hat man dieses System installieren lassen, meistens von anderen Leuten. Und das war schon okay, wenn viele Schritte dabei auch manuell waren. Das ist heute eigentlich nicht mehr so. Und dazu gehören eben nicht nur Installationen, sondern auch Tests, die heute vollautomatisch sein sollen. Und der letzte Punkt bei Cloud, das ist eher sozusagen noch eine absolute Verbesserung für Qualitätssicherung. Dass man sagt, wir können durch Virtualisierung auch Testumgebungen so on demand hochziehen. Ich muss halt nicht lange planen, bis irgendeine Umgebung, also sprich wirklich Serverblech vorhanden sind, sondern ich kann das auf Knopfdruck mehr erzeugen, wenn ich es gerade brauche. Also das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt bewegen. Und da gibt es unheimlich viele neue Tools und Methoden, die uns dabei helfen. Und eine möchte ich euch heute mit Consumer Driven Contract Tests vorstellen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Microservices da. Cloud, Agilität und DevOps kommen immer nur so in Teilbereichen vor. Also nochmal zur Motivation jetzt. Ich habe erst motiviert, warum wir überhaupt ein neues Umfeld in der Qualitätssicherung haben. Aber warum brauchen wir jetzt Consumer Driven Contract Tests? Also kommen wir ruhig zurück zu unserem Thema. Auch Microservices versprechen Schnelligkeit. Und zwar dadurch, dass ich mein großes System in viele, viele kleine Teile zerlege, die ich dann einzeln auch bauen und dadurch eben schneller bauen kann. Aber was ist, wenn ich jedes Mal, wenn ich eins meiner kleinen Puzzleteile anpasse, wie stelle ich sicher, dass es noch in das Ganze passt? Also muss ich jedes Mal mein komplettes Puzzle zusammenbauen, um dieses sicherzustellen? Oder gibt es da auch clevere Sachen? Denn wenn das heißt, dass ich habe an einem Teil was geändert und ich muss alles wieder zusammenbauen, dann bin ich am Ende eben nicht schnell, sondern langsam. Das heißt, ich muss irgendwie diese Absicherung auch schnell schaffen. Das heißt, das ist unsere Motivation. Wir wollen sicherstellen, dass die Schnittstellen noch genauso sind wie vorher oder zumindest zusammenpassen, ohne dass ich immer alle Microservices zusammenbringen will. So, was ist jetzt die Idee dahinter? Also das klassische Vorgehen war, man baut alle zusammen und macht dann Tests End-to-End. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Dieses Jahr ist wieder Europameisterschaft. Und wir haben mal für eine Schulung so ein kleines EM-Tippspiel mit Microservices gebaut. Und da gibt es mehrere, aber auf jeden Fall zwei Microservices. Einen, der für die Tippabgabe da ist und einen, der den Spielplan kennt. Und in der Tippabgabe, da halte ich mir halt Match-IDs und möchte in bestimmten Fällen dann auch die vollen Informationen zum Spielplan haben. Das heißt, ich frage beim Spielplan an, gebe mir mal zu einem Match mit der ID 1 die Spielplandaten und der liefert dann ein, also es ist ein Rest-Call, der liefert dann einen Resultat-Start-OK, also 200 zurück und gibt mir ein Home-Team, ein Foreign-Team und eine Startzeit. Und wenn diese ID nicht vorhanden sind, dann kriege ich einen 4404 zurück. Also ganz ein simples Beispiel. So, was kann da jetzt passieren, wenn irgendjemand eine Änderung macht? Angenommen, der Consumer hat eine coole neue Idee, sagt, ach, mit diesen IDs, das ist ja irgendwie auch blöd. Ich würde jetzt gerne das über die, schon über Home und Foreign-Team, die habe ich mir vorher schon gemerkt, und ich wollte ja eigentlich sowieso nur die Startzeit haben, also möchte ich das, ändere ich die ID. Was würde dann passieren, wenn er sich nicht richtig mit dem Provider abgesprochen hat? Ja, der Provider würde es halt nicht verstehen. Also wahrscheinlich, obwohl er das Spiel Portugal-Deutschland kennt, würde er wahrscheinlich mit einem 404 oder einem 500er antworten. Also das heißt, die Kommunikation wäre gebrochen. Aber brechen würde sie beim Consumer. Also der hätte jetzt damit zu leben, dass obwohl dieses Match beim Spielplan vorhanden ist, dass der Spielplan, also die Spielplan Microservice, keine vernünftige Antwort mehr gibt. Das ist übrigens, das ist okay. Also dieses Verhalten ist richtig, weil der Consumer hat was geändert, ohne es mit dem Provider abzusprechen. Und er hat das Problem. Also das ist gar keine schlimme Situation in dem Sinne, weil derjenige, der den Fehler verursacht hat, auch damit leben muss, ihn zu korrigieren. Also das ist nicht mal schlimm. Wie sieht es aber aus, wenn der Provider eine coole neue Idee hat? Also angenommen, wieder der Consumer hat nichts geändert, fragt weiterhin mit ID ab. Aber der Provider hat sich überlegt, nee, ich übergebe nicht mehr die IDs für Home-Team und Foreign-Team, sondern ich übergebe die ganzen Namen zurück. Und ich gebe halt zurück, wenn ich keins gefunden habe, gebe ich den alten 404 zurück. Da ist wieder ein Problem. Und der Consumer weiß ja nur weiterhin oder verlässt sich weiterhin darauf, dass er die Tags Home-Team und Foreign-Team bekommt. Und die bekommt er nicht mehr. Vielleicht verlässt er sich sogar, dass er so einen dreizifrigen Code bekommt. Aber insgesamt, er wird nicht mehr damit arbeiten können. Das heißt, er hat ein Problem. Und diese Situation wollen wir verhindern. Denn einer hatte eine fluge Idee und hat einen Vertrag gebrochen und der andere muss darunter leiden. Also das heißt, die erste Situation, die wollen wir nicht abfangen. Die ist zwar auch nicht schön, aber letztendlich, wenn ich das an einer Schnittstelle ändere und es nicht mit dem anderen abspreche, das ist mein Problem. Wenn aber ich an einer Schnittstelle was ändere und jemand anders hat damit Probleme, dann ist es nicht mehr richtig. Und das heißt, diese Situation wollen wir verhindern. So, und die Lösung sind jetzt die sogenannten Consumer-Driven-Contract-Tests. Consumer schreiben den Test. Der Provider hat eine automatisierte Build-Pipeline, führt die Tests aus. Und dadurch soll dann eben sichergestellt sein, dass der Provider dann auch nach jeder Änderung noch das erfüllt, was seine Konsumenten brauchen. Das heißt, wenn man sich solche Build-Pipelines, die können ganz anders aussehen, aber meistens haben wir in jeder Pipeline sowas wie das Bauen der Software, das Testen der Software, und das Deployen der Software. Und angenommen, jeder, der Consumer und der Provider haben gleichartige Pipelines, dann ist das so, dass der Consumer halt diesen Test bereitstellt und der Provider ihn ausführt. Das heißt, ursprünglich haben beide natürlich nur ihre ganz normalen funktionalen Tests, seien es J-Unit-Tests oder Selenium-Tests oder was auch immer sie haben. Es gibt jetzt aber noch weitere, nämlich die, die der Consumer erstellt und die der Provider dann ausführt. Und zwar genau für den Vertrag der Schnittstelle zwischen den beiden. Das ist die ganze Idee bei der Sache. Jetzt die Frage, die Umsetzung. Man kann tatsächlich einfach hingehen und J-Unit-Tests dafür machen. Also ich brauche gar nicht ein großes neues Tool dafür. Ich könnte ein J-Unit-Tests schreiben und dem meinen Provider geben. Das würde mich schon einigermaßen unabhängig machen, ist aber, wie soll man sagen, nicht die schönste Lösung. Wir haben das in einem Projekt tatsächlich mal so versucht. Aber das ist ein bisschen hakelig, weil ich als Consumer sehr viel von meinem Provider wissen muss. Und das will ich ja gerade vermeiden. Also ich möchte nur seinen Service nutzen. Aber ich möchte ja zum Beispiel, wenn wir jetzt in diesem EM-Tippspielbeispiel bleiben, ich möchte ja gar nicht unbedingt wissen, wie ich das herstelle, dass er irgendein Match Deutschland gegen Portugal kennt. Das ist ja seine Sache. Das möchte ich nicht wissen. Ich möchte auch eigentlich gar nicht so genau wissen, wie seine Pipeline aufgebaut ist, was für Technologien der verwendet und so. Das heißt, das ist nicht die optimale Lösung. Noch viel schlimmer ist, dass der ja dann auch losgelöst von meinem Code ist. Also ich würde ja nur noch den Provider angucken, aber auch gar nicht mehr, ob wir uns wirklich verstehen. Und deswegen gibt es verschiedene Tools, wie man das umsetzen kann. Und eins, das ich euch heute vorstellen möchte, ist Pakt. Das ist jetzt immer ein bisschen kompliziert. Ich zeige es danach auch tatsächlich nochmal im Code, aber mal so grundsätzlich von der Idee. Es gibt zwei voneinander getrennte Stellen, nämlich einmal das, was der Consumer macht und einmal das, was der Provider macht. Also wir hatten diesen Fall, dass wir gesagt hatten, angenommen ein spezielles Spiel existiert und ich hole mir die, dann sage ich auch, welche Anforderungen ich an diesem Schnittstellenvertrag habe, also was ich von meinem Provider zurückverlange. Und Pakt bietet dafür so eine DSL. Das heißt, ich kann das in Code gießen, meine Erwartung. Und was ich dann noch mache, ich schreibe einen kleinen Test. Also ich schreibe einen Test, wo Pakt diese Erwartungen nimmt und mir aus diesen Erwartungen heraus eine Antwort generiert. Das heißt, da bin ich schon besser als der JUnit-Test, weil Code von mir aufgerufen wird. Also ich stelle wirklich sicher, dass ich das, was ich da zurückkommen sollte oder was ich erwarte, dass ich das auch wirklich verstehe. das Pakt zusätzlich macht. Es generiert daraus einen sogenannten Schnittstellenvertrag, also den Pakt als solches. Also es ist letztendlich auch nur irgendeine JSON, mit der Pakt dann auf Providerseite arbeiten kann. Also das ist das, was der Consumer machen muss. Und das Pakt, das arbeitet praktisch, also es ist so eine Art Proxy. Also es stellt sich zwischen die Kommunikation und zeichnet die Kommunikation auf und mockt dann die Response anhand von meinen Vorgaben, die Response, die der Provider geben sollte. Wie gesagt, wenn man es im Code sieht, wird es glaube ich dann auch gleich noch ein bisschen klarer. Auf Providerseite, also der Consumer muss, das ist halt Consumer Driven, das ist daher der Name, der Consumer muss vorlegen und dann, wenn der Consumer diesen Pakt erstellt hat, kann der Provider loslegen und der Provider muss gerade in der Synchron, also in so einer REST-Situation, muss der gar nicht viel machen. Denn er hat ja, er bietet ja diesen Service an. Er muss nur das, dieses Given, also die Voraussetzungen, die muss er in irgendeiner Art und Weise herstellen. Weil nur dann kann er ja auch die Antwort erzeugen, die da erwartet wird. Das heißt, auch da läuft ein Test ab. Der Provider wird vor diesem Test, wichtig, nicht beim Test, sondern vor dem Test, wird er sozusagen dazu aufgefordert, die Vorbedingungen, ein Match existiert oder es existiert eben nicht, herzustellen. Und dann ruft Pakt einfach nur die Schnittstelle auf, die ist ja da, und vergleicht dann das, was der Provider zurückgibt, mit dem, was der Consumer erwartet. Und so können die beiden relativ unabhängig voneinander agieren. Und so kann der eine den einen Teil, also die Erzeugung des Paktes, in seine Pipeline einbauen, und der andere kann die Ausführung des Paktes in seine Pipeline ausführen. Es gibt dann noch von Pakt, also man kann das auf verschiedene Art und Weise machen. Wenn man es sich ganz einfach machen will, dann nimmt man einfach den generierten Pakt, checkt den irgendwo in einem Git-Repository ein, oder legt den auf irgendeinen Fileserver. Und der Provider guckt sich dann immer, holt sich dann immer die aktuelle Stand. Wenn man es noch ein bisschen schicker haben möchte, gibt es den sogenannten Pakt Broker. Das ist ein kleiner Service, den man irgendwo deployen muss. Und der nimmt sowohl diese Schnittstellenverträge auf, als auch stellt sie dann dem Provider zur Verfügung. Und man kann darüber dann auch diese ganzen Schnittstellenverträge einsehen. Das ist jetzt bei unserem einfachen Beispiel, das hier mal so als Screenshots eingefügt, vielleicht so ein bisschen Oversize, wenn ich nur zwei Microservices habe. Aber stellt euch mal vor, ihr habt ein großes System von über 100 Microservices. Dann werden solche Tools doch ganz interessant, wenn man dann die Abhängigkeit sehen kann, wenn man sehen kann, wie sehen die Verträge aus. Und man sieht auch tatsächlich so das letzte Laufergebnis. Also man würde auch sehen können, wann wurde das letzte Mal der Vertrag verifiziert, wie war das Ergebnis. Also das ist dann, wenn man Richtung größere Systeme denkt, wird das dann halt sehr relevant. Und ich kann auch, also im Sinne einer Schnittstelle-Definition, sehe ich auch genau, welche Verträge denn überhaupt vereinbart sind. Und das macht das Ganze dann, also in größeren Kontexten dann auch besser managbar. Damit haben wir schon sehr viel Speed erreicht. Ach so, ich wollte jetzt eigentlich, ich zeige es jetzt nochmal wirklich im Code. Das ist immer so ein kleines Risiko. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Und zwar gehen wir mal, fangen wir mal bei dem Consumer an. Also, man hat grundsätzlich, wenn man jetzt in diese Situation denkt, ich habe einen klassischen J-Unit-Test. Wir haben eine Spring-Gut-Applikation gebaut, also es ist ein Spring-Gut-Test. Dem muss ich so ein paar Sachen sagen, zum Beispiel auf welchem Port er die andere Applikation erwartet. Also wir sind jetzt bei Tipp-Abgabe. Wir haben ja einen Consumer-Test für den Provider-Spielplan. Das ist so das Übliche, was ich da so habe an Kleinigkeiten. Und dann habe ich zwei Bestandteile. Das eine ist, ich definiere meinen Vertrag. Und das ist jetzt, ich sage einfach meine Vorbedingungen. Also, given ein Match mit der ID 1 existiert. Und dann sage ich so, wenn du einen Request für diese Match-ID erhältst, und das macht man über einen speziellen Pfad, dann sage ich, das ist so eher das Technische, es ist ein Get-Request. Und hier kommt jetzt, dass ich definiere, wie meine Response ist. Ich hatte vorher gesagt, das ist so eine DSL, das sieht man hier. Also, ich kriege eine Response mit einem bestimmten Status, irgendwelche Header, definieren, die ich dann erwarte. Und spannend wird es halt hier. Also, ich sage, okay, ich erwarte die drei Felder, Match-ID, Home-Team und Foreign-Team. Und ich kann auch noch so etwas angeben, wie hier so eine Regular Expression, wenn es mir wichtig ist, dass ich halt nur einen dreistelligen Großbuchstaben bekomme, also diese ISO-Kennzeichen für Länder, dann kann ich das auch hier drin kodieren. und das gebe ich dann an PACT zurück und dann muss ich noch, das jetzt für den Fall der Positiven, also Match-ID exists, das Gleiche mache ich auch nochmal für den Negativ-Fall, also für Not exists, da sieht dann natürlich das Ergebnis, das ich erwarte, etwas anders aus. Also, das ist dann jetzt nicht mehr ein Body, sondern da erwarte ich ja nur eine ganz bestimmte 404-Response. Also, das ist die Definition meines Vertrags als Code und dann habe ich noch zwei kleine Tests, die über diesen String halt auf das matchen, was ich hier vorher gemacht habe, nämlich auf diesen Namen und die Tests werden von PACT ausgeführt und dann mithilfe von dieser Definition des Vertrags wird dann der eigentliche PACT erzeugt für beide Fälle. Was für mich ganz wichtig ist und was man tatsächlich, wenn man danach googelt, häufig anders sieht, ich verwende Code von mir. Also, das ist wirklicher Code, der in diesem Microservice aufgerufen wird. Es gibt ganz, und das habe ich mehrfach schon gesehen im Internet, dass da eigentlich nur dieser Vertrag nochmal geprüft wird und das kann man so machen, das ist nicht schlimm, aber man verliert ein bisschen Sicherheit dadurch aus meiner Sicht, weil ich möchte ja ansonsten, wenn Test und Software-Codes so ein bisschen auseinander geraten können, verliere ich halt immer die Sicherheit, dass ich an der Software, an meiner Software was geändert habe und deswegen den Vertrag nicht mehr verstehe, so wie ich dem Provider hingegeben habe. Also, das heißt, hier gucke ich dann, ob im ersten Fall wirklich, wenn die Antwort kommt, liefert dann dieses Find Match True und im anderen Fall gucke ich halt, ist Find Match dann eben Forts. So, und das kann ich jetzt ganz normal wie so ein JUnit Test bei mir starten. Dauert so, ich weiß nicht, wie ein Unit Test halt wenige Sekunden, da muss dummerweise einmal die Applikation hochfahren, deswegen ist es nicht ganz so schnell, aber wir müssen immer daran denken, wir reden ja davon, wir wollen dadurch langwierige End-to-End-Tests ersetzen und dann sind so wenige Sekunden, glaube ich, ganz okay. Also, jetzt läuft der Test, das war sozusagen die Präparierung, die eigentlichen Tests sind dann auch in wenigen Sekunden durch. Wie wir sehen, beide sind erfolgreich gelaufen. Was dabei erzeugt wurde, ist diese Datei. Das sieht so ein bisschen aus wie das, was ich euch vorher auf der Folie gezeigt habe. Da ist jetzt wirklich der Vertrag definiert. Was man auch machen kann, man kann diesen Vertrag auf den sogenannten Paktbroker dann zur Verfügung stellen. Das kann man zum Beispiel mit so einem Gradle-Befehl machen. Tatsächlich ist es spannender, wenn wir daran was ändern, dann bringen wir den Team Provider mal zum Fehlschlagen. Ich gehe hier mal rein. Und ich sage jetzt, das ist so ein bisschen diese erste Situation. Ich sage mal, ich habe jetzt noch mal eine tolle Idee. Wir ja eigentlich auch den Stadionnamen haben. Das habe ich jetzt noch nicht mit meinem Provider abgesprochen. Lass das nochmal laufen. Und dadurch bringen wir jetzt das natürlich nicht die gewollte Situation. Es ist nur dann die gewollte, wenn wir es mit dem Provider abgesprochen hätten und er auch zugesagt hat, dass er das umsetzt. Also dann darf er fehlschlagen. Natürlich dürfen wir eigentlich nicht so von uns aus an dem Vertrag irgendwas ändern. So, wenn er gleich durchgelaufen ist, würden wir halt auch erwarten, dass diese eine Datei sich geändert hat. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches an. Wir sehen schon hier, ich komme übrigens aus Hamburg, deswegen habe ich mal das Volksparkstadion genommen. Also hier gibt es jetzt, wir erwarten jetzt einen neuen Begriff und bei uns ist das auch noch erfolgreich. Also unser Code kann offensichtlich auch damit umgehen, wenn jetzt das Stadion mit übergeben wird. Was wir jetzt noch einmal tun müssen, ist, das auf den Puck Broker zu publishen. Das ist ein einfaches Skript, wie man es normalerweise, ich mache das jetzt alles lokal von meinem Rechner. Das wären natürlich normalerweise Sachen, die wir dann automatisiert in einer Build-Pipeline hätten. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Genau, das ist der Puck Broker. Ich hatte da vorher schon mal mit umgespielt ein bisschen und wir sehen hier so ein Kennzeichen. Das ist vor etwa einer Stunde verifiziert worden und da ist auch eine Neuerung, das sagt er schon. Also den letzten Puck hat er vor unter einer Minute gepublished, das war ich eben. Und wir sehen hier jetzt auch, der ist noch nicht vom Provider verifiziert worden. Jetzt gehen wir mal vom Consumer, also von diesem Tipp-Abgabe-Service weg zum Spielplan, zu dem Provider und gucken uns da mal den Test an. Das ist auch nur eine Klasse. Hier habe ich meinen Puck Broker, also bei mir lokal auf dem Rechner, definiert. Könnte das auch über, wie ich vorher gesagt habe, man kann das auch einfach über Dateiverzeichnisse machen. Also da weiß er, bekommt er seine Pucks her. Was er machen muss, der Provider ist, einmal muss er sagen, wo er sich hochfährt. Also hier, das sind diese Spring-Gut-Sachen, dass er selbst seine Applikationen hochfährt. Und dann muss er im Wesentlichen nur noch die beiden Sachen machen. Nämlich er muss nur, also er muss keinen Test schreiben, er muss nur diesen Status herstellen, nämlich einmal muss er den Status herstellen, ein Match mit der ID 1 existiert und einmal muss er den Status herstellen, ein Match mit der ID 2 existiert nicht. Wenn es existiert, also ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das sehr integrativ machen. Ich kann zum Beispiel in meiner Datenbank so ein Match anlegen oder im Zweifelsfall beim zweiten das aus der Datenbank rauslöschen oder ich kann mir helfen, ich kann das so ein bisschen JUnit-mäßig machen, ich setze an irgendeiner Stelle an, nämlich bevor es auf die Datenbank geht und mocke einfach, dass das da ist oder dass das nicht da ist. Also das heißt, bei diesem Vorgehen hat der Provider es tatsächlich einfacher. Und den Test kann ich jetzt auch mal starten. Und jetzt wäre natürlich die Erwartung, dass es fehlschlägt. Ich hoffe mal, der Vorführeffekt schlägt nicht zu, denn wir haben ja den Vertrag einseitig erweitert. Das wäre jetzt schon ein Wunder, wenn unser Provider das kennen würde schon. Jetzt geht's los und es ist tatsächlich das erwartete Ergebnis. Also der eine Test ist erfolgreich. Das ist der Test, der dieses nicht vorhandene Spiel prüft. Das ist ja auch okay, dass der erfolgreich ist. Da habe ich an dem auch nichts dran geändert. Der liefert weiter in den 404. aber der Test, der eben die erfolgreiche Response prüft, das sieht man hier, da ist der, die Differenz ist halt genau dieses neue erwartete Stadion, das ich nicht habe. Und weil ich hier beim Provider auch gleich, tatsächlich habe ich zwei verschiedene Wege gewählt, beim Consumer und beim Provider. Hier habe ich das gleichgesetzt, dass er auch gleich die Resultate publizieren soll an den Pactbroker und jetzt müsste, genau, hier sehe ich jetzt, dass der vor einer Minute überprüft wurde und das war rot gelaufen. So, was man jetzt natürlich, was jetzt passiert ist, normale Projektarbeit, also der, aber in diesem Fall wäre es ja eigentlich gar nicht die Situation, die wir wirklich vermeiden wollen, die ist nur etwas schwerer zu zeigen, also was wir eigentlich vermeiden wollen, ist, dass der Provider einseitig seinen Vertrag ändert, dann müsste man jetzt nicht normales Projektgeschäft machen und sich austauschen, sondern dann könnte der Provider es selbst fixen, in dem Fall müsste er jetzt zu dem anderen Team, das diesen Tippabgabe-Service geändert hat, gehen und das müssen sie aushandeln, was da jetzt zu tun ist. Also es gibt bei vielen Sachen, wie bei dem auch, entweder entscheidet man sich, ah ja, es ist hilfreich für alle, wenn wir das Stadion auch rausgeben und es ist einfach zu machen, dann machen die das kurz oder aber der Consumer muss halt seine Erwartungen wieder ändern. Das ist übrigens ganz interessant, weil das auch sehr häufig als Frage kommt, genau dieses Szenario, wie ist denn das? Man kann ja dem anderen das alles kaputt machen. Auf den Seiten von Pakt empfehlen die tatsächlich, dass man das, dieses nur einsetzt zwischen Teams, die sich gut verstehen und das glaube ich auch. Also wenn man natürlich sich irgendwie gegenseitig behindern will, dann kann man dieses Konzept ausnutzen, um anderen Leuten das Leben schwer zu machen, aber das ist ja nicht der normale Arbeitsalltag, sondern der normale Arbeitsalltag ist ja, dass man verschiedene Teams hat, die alle daran interessiert sind, dass das System läuft und dann kann sowas halt sehr hilfreich sein und solche Situationen, mein Gott, das passiert halt jedem mal, dass er einen Fehler macht, dann klärt man es und dann kann man es auch ändern, aber man hat trotzdem dadurch ein sehr, sehr gutes Sicherheitsnetz geschaffen. So, damit sind wir jetzt zurück zur Präsentation. Also wir haben irgendwie durch ein neues Element, nämlich diese Consumer-Driven-Contract-Tests, schaffen wir es halt sehr viel mehr Sicherheit zu bekommen, ohne immer End-to-End-Tests zu machen und ohne unnötige Abhängigkeiten zu anderen Systemen. Also das hat uns wirklich vorangebracht, um schneller zu werden. So, jetzt kommen wir auch schon zu einer Zusammenfassung. Was möchte ich, dass ihr mitnehmen von diesem Vortrag oder was möchte ich und was möchte ich euch noch zusätzlich mit auf den Weg geben? CDC-Tests sind ein wichtiger Baustein für Continuous Quality. Sie sichern ab, dass Schnittstellenverträge überprüft werden und erlauben es damit, Services unabhängig voneinander zu deployen. Ganz wichtig, sie ersetzen nicht funktionale Tests. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, oh, da kann ja noch sehr viel mehr schief gehen. Ja, richtig. Kann auch, aber ich sage mal, wenn ich einen Service anbiete, gibt mir die Information zu einem bestimmten Spiel, bin ich dafür verantwortlich, dass ich wirklich das zurückgebe. Ich meine, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber wenn man zum Beispiel an irgendwelche speziellen, komplizierten Berechnungen denkt und sei es nur in so einem Tippspielmodus, dass die Tipps auch richtig bewertet werden, das mag sein, dass verschiedene Services daran interessiert sind, aber derjenige, der es anbietet, muss auch sicherstellen, dass diese Berechnungen richtig sind. Also das sind zwei verschiedene Teststufen. Die funktionalen Tests gab es früher, die wird es auch weiterhin geben. Also das ist kein Ersatz dafür. Nächster wichtiger Punkt, den man verstanden haben muss, sie garantieren nicht, dass in der Kommunikation nichts schief gehen kann. Diese Consumer-Dive-Contract-Tests sind sehr technisch auf Formate, auf Tags, auf Aufbau einer Nachricht ausgelegt. nicht auf die Inhalte. Also wenn, jetzt zum Beispiel, wenn wir in so einem, in einer Schnittstelle noch die Uhrzeit drin haben und der eine erwartet, dass das die Uhrzeit des Benutzers ist oder des Systems und der andere glaubt aber, das ist die Uhrzeit des Ortes, wo dieses Spiel ausgetragen ist, können trotzdem inhaltliche Probleme entstehen. die werden dadurch nicht abgesichert. Um solche zu finden, brauchen wir weiter End-to-End-Tests. Also auch End-to-End-Tests gibt es weiterhin. Deswegen der nächste Punkt. CTC-Tests sind eine gute Idee, auch wenn man noch End-to-End-Tests macht und man braucht die auch zum Teil. Wie passt das zusammen? Zum einen können wir die Anzahl der End-to-End-Tests meistens stark reduzieren. Also ich muss nicht mehr alle Fälle abtesten. Vielleicht teste ich nur noch sozusagen den einen Gutfall ab, um genau solche semantischen Probleme, wie ich erzählt habe, mit der Uhrzeit zu lösen. Aber ich muss halt nicht alle mehr. Also dieses Match ist nicht vorhanden und so. Das sind vielleicht Sachen, die ich dann nicht mehr in einem End-to-End-Test machen will. Und der zweite Punkt, der insgesamt bei diesen beschleunigten Entwicklungszyklen immer wichtig ist, ist dieses Fail-Fast. Also selbst wenn ich nachher noch einen Test mache, der etwas komplizierter ist, ich möchte ja lieber ganz schnell, wenn ich gerade etwas eingecheckt habe, wissen, dass etwas schiefgegangen ist. Und diese Consumer -Driven-Contract-Tests, auch wenn das jetzt in so einem Vortrag vielleicht ein bisschen langsam erscheint, wenn etwas eine knappe Minute braucht, ist natürlich weitaus schneller als so ein End-to-End-Test. Also auch da kriege ich eine Hilfe, dass ich zumindest sehr, wenn ich einen Fehler mache, sehr, sehr schnell die Antwort bekomme. Was ich euch noch mitgeben wollte, es gibt halt Tools, die das unterstützen. Man muss es nicht machen, aber es gibt halt dieses PACT, es gibt auch Spring-Cloud-Contracts, die sind beide ein bisschen unterschiedlich, also ich bin tatsächlich auch ein großer Freund von PACT, aber auch Spring-Cloud-Contracts hat ähnliche Ansätze und ist gerade bei der Asynchron-Kommunikation würde ich sagen, noch ein bisschen besser. Und deswegen habe ich das mit dem PACT-Broker nochmal gezeigt, diese Tools haben häufig den positiven Nebeneffekt, dass ich alle Schnittstellen sichtbar mache. Also wenn man so aus diesen klassischen Kontexten kommt, also große Systeme baut, dann haben die vielleicht, wenn sie etwas größer sind, 50 Schnittstellen, das ist zwar viel, aber noch überschaubar, wenn wir von Microservices reden, dann multipliziert sich das. Also wenn wir 100 Microservices haben, kann man sich sicher sein, dass es nicht nur 100 Schnittstellen gibt, sondern wahrscheinlich 500.000 und da hilft uns dann schon so etwas, dass ich die Schnittstellen zwischen meinen Services irgendwo sichtbar habe. Wir haben das in einem Projekt tatsächlich mal so gemacht, dass wir diese Daten vom PACT-Broker ausgewertet haben, weil es gab erlaubte Abhängigkeiten zwischen unseren Services und es gab nicht erlaubte, damit man nicht so ein großes Spaghetti-System hat und das konnte man dadurch sehr gut überprüfen. Das ist wirklich angenehmer, positiver Nebeneffekt, wenn man große Systeme damit braucht. Wie wird unter den bekannten Microservice-Technologien eine geeignete ausgewählt? Gibt es hierzu klare Bewertungskriterien zur Auswahl? Habe hierzu in der Forschung keine klaren Ergebnisse gefunden? Wie sieht es in der Praxis aus? Kunde gibt Auswahl vor. Da gibt es natürlich keine einfache Antwort, sonst hätte man das auch gefunden. Man muss sich natürlich schon ein bisschen Gedanken machen. Wie groß soll das Ganze werden? Auf welchen Plattformen setze ich auf? Aber das Gute an Microservices ist ja, dass ich kleine und zwar auch technologisch unabhängige Teile habe. Das heißt, ich muss gar nicht mehr so viel auswählen und mir so sicher sein, wie ich früher sein musste. Natürlich muss ich so was wie ein paar grundsätzliche Technologien muss ich auswählen, wie zum Beispiel, wenn ich asynchron kommunizieren will, muss ich da irgendeine Messaging Plattform runtersetzen. Aber ich muss zum Beispiel ja, ich muss mich nicht mal mehr bei der Datenbank festlegen, weil jeder Microservice seine eigene hat. Das heißt, wenn ich aus einer Oracle Welt komme, fange ich vielleicht mit Oracle an, aber wenn ich mal sage, ich möchte auch mal Postgres vielleicht ausprobieren, dann baue ich einen Microservice mit einer Postgres Datenbank auf. Und so gilt das auch für, natürlich gibt es ein paar Sachen, die alle Microservices sich teilen, da muss man auch miteinander reden. Es ist natürlich auch so, dass der Kunde manchmal was vorgibt, aber das Schöne würde ich sagen an Microservices ist, dass man diese Entscheidung, also man sollte sie jetzt nicht völlig ohne Nachdenken treffen, aber man kann sie treffen, man kann sie häufig nachher noch revidieren. Und ob der Kunde es vorgibt oder nicht, ist sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, je größer der Kunde ist, desto mehr gibt er vor, weil die Kunden natürlich versuchen, nicht jedes System in einer anderen Technologie zu bauen, aber das kann wirklich durchaus unterschiedlich sein. Ah, sehr gute Frage, wann ist eine Microservice-Architektur sinnvoll? Natürlich muss man eigentlich ein Business-Case vorher rechnen. Das ist immer sehr, also man sollte es jetzt nicht blind machen, aber wenn Änderbarkeit und Änderungsgeschwindigkeit wertvoll sind, würde ich immer dazu raten, meine Systeme aufzubrechen. Ob das dann schon eine Microservice-Architektur ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Da gibt es ja auch sehr viele Diskussionen, ab wann ist etwas ein Microservice? Da gibt es so definitiv diese Pizza-Definition, also ein Team, das ein Microservice betreut, muss von einer Pizza saft werden oder irgend sowas. Also da gibt es auch Leute, die sagen, Lines of Code ist da irgendwie ein gutes Maß. Da bin ich nicht so ein Fan. Aus meiner Sicht können Microservices durchaus bis hin zu sowas wie Bounded Context oder Self-Contained Systems gehen. Die können vor allem in einer Microservice-Landschaft sehr unterschiedlich groß sein. Also es ist völlig legitim, wenn ein Microservice sehr klein ist und ein anderer etwas größer. So ab wann das sinnvoll ist, wie gesagt, ich würde sagen, die großen Monolithen würde ich insgesamt nicht mehr bauen. Außer es gibt so ein paar Ausschlüsse, da geht es um Eventual Consistency. Das zu erklären ist ein bisschen schwierig. Die Microservices haben alle ihre eigene Datenhaltung, das heißt, sie haben auch alle ihre Transaktionen. Wenn ich an diesem Tippbeispiel oder so bleibe, ein Beispiel ist tatsächlich schwierig, weil wir da gar nicht das Problem haben, wenn ein Kunde ändert in einem Schritt seine Adressdaten und ich habe das jetzt auf zwei Microservices, ich habe das Geburtsdatum und die Adressdaten und E-Mail-Adressen angenommen, ich habe die in verschiedene Services getan, dann kann es ja immer sein, dass das Schreiben in einem erfolgreich ist und im anderen nicht. Das heißt, ich verliere so eine gewisse Transaktionssicherheit und die nachzubauen bei Microservices ist schwierig. Da gibt es Möglichkeiten, aber wenn ich sehr viele von den Anforderungen habe in Richtung wirklicher Transaktionssicherheit, also alles, was in einem Aufruf passiert, muss auch zusammen entweder erfolgreich sein oder nicht erfolgreich, wenn das sehr, sehr wichtig ist, Bankenumfeld oder so, dann würde ich von Microservices abraten, aber in den meisten anderen Fällen würde ich zumindest immer sehr stark darüber nachdenken, ob es nicht auch wichtig ist, diese Änderbarkeit zu haben. Das ist so die Antwort darauf. Ich glaube, so einen festen Kriterienkatalog, wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Sachen, aber so ein fester Kriterienkatalog wird wieder sonst nicht ein.